Hi, seit gestern habt ihr eine japanische Nationalspielerin im Team. Was fällt dir dazu ein? Ja, also unsere Kozue ist halt neu, kommt aus Japan und zu ihr kann man sagen, auf den ersten Eindruck, sympathisch, nett, beherrscht natürlich noch nicht die Sprache, was natürlich auch nicht geht so schnell. Und ja, vom Spielerischen her, klein, schnell, flink, wirblich. Also ich denke mal, das wird für jeden Gegner schon schwer gegen sie anzukommen. Vielleicht sehen wir sie morgen ja sogar schon spielen. Ja, apropos morgen, morgen ist ja das Spiel in Köln, unser Pokalfinale. Ich denke, das wird schon ein hartes Stück Arbeit, denn wir haben ja viele Ex-Spielerinnen in Köln und ja, ich glaube, die werden richtig Gas geben gegen uns, verständlicherweise. Und da müssen wir halt Mittel finden, gegen anzukommen. Und ich hoffe dann, dass wir dann letzten Endes die glücklichere Mannschaft sind. Wer geht als Sieger vom Platz? Ja, natürlich wir. Okay, danke.